hallo freunde und herzlich willkommen hier zu rück und kann man dich an machen und dann doch lieber das feuer jetzt sind dann bitte auf die axt dass du gerade was durch mich durchgelaufen oder ach das war der kanickel ok du lässt dich nicht mehr anzünden okidoki ok wo ist mein molly wäre ja gelacht wo seid ihr hin na toll jetzt habe ich den molly hier spielt damit wo sind wir da ist ziemlich dunkel ich hoffe mein zack wackelt hier nicht so ab brennender kanickelkugel kann man nicht danach essen wo mir kalt da gehen wir gleich mal lieber ans lagerfeuer so ach da ist noch einer na komm junge ich habe nicht den ganzen tag zeit mit dir zu spielen das können wir vielleicht einmal machen aber nicht die ganze zeit gut dann komme ich zu dir plätte dich okay da sind immer noch zwei drei ich gehe mal zu meinem feuer und chill ein wenig da kann man sich mal schlafen liegen morgen bitte gut dann kriegst du jetzt paar aufs maul was hast du für einen komischen helm sieht ja richtig cool aus ist einer von diesen super insulanern wow jetzt haben die mir einfach über mich drüber nein 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 Haha Seid ihr doof Oh Ne Rüstung Nein, lauf doch nicht weg Hm Na, da gibt's heute Kaninchen Ich glaube, wir müssen uns waschen Ah Ne Komisch ist nicht Wenn's ihm zu dunkel ist, dann ist es ihm halt zu dunkel Mpall Dann nimmst du bitte wieder die Axt Aber das kann ich nicht so gegessen oder was? Hm Wo ich gerade hier so viele Leichen rumliegen hab Dann machen wir uns gleich noch so ein Apogee Nein, wie sag ich immer Apogee eigentlich sind es effigies rotaten alles draufhauen was wir haben auch noch mal alles einsammeln habe ich den kopf nicht bekommen doch bitte die axt die ist doch deutlich komfortabler was wartest du okay damit ich zerschnetzeln kann sehr schön ach da habe ich das teil brauchen wir immer noch sticks aber keine hände mehr und noch köppel junges fräulein leistet mir bitte dein kopf wieso rüstest du ständig den kopf aus das wenigstens tag wäre wird hier was sehen würden hier nicht die ganze zeit dem regenrohr brennen würden der ziemlich kalt ist und so ich brauche sticks und ich sammle hier rocks das war's mit dem stick dich nehmen wir noch mit ein stick noch jetzt brauchen wir dann nur noch zirka sieben köpfe frage mich wo man die her bekommen sollten was hast du da alles noch drauf das ist einfach nur der sound ich habe ein week's beer mal feuer und leg dich dann pennen ich sagte pennen liegen hoffentlich ist es dann morgen nein nicht ganz dafür holen wir uns mal das stück rüstung hier ab hey nicht so schnell hat mich da gerade wieder jemand gesehen oder was machen wir hier mal ein wenig licht wenn der regen endlich mal aufhören würde sehr schlimm hände brauche ich keine danke hier lag doch noch einiges rum aber bei der dunkelheit von greyskull natürlich ich meine hier in der dunkelheit sehen wir das natürlich nicht wo ist der kopf ist der kopf sieht fast danach aus jo legen wir sich nochmal pennen weil es wird mir viel zu langsam hell und jetzt ist wieder dunkelheit bitte mach es als es Tag ist und aufhört zu regnen nein es wird ja immer dunkler naja von mir aus können es dauernd blitzen jetzt will ich auf die bank hocken wirklich ein und es ist jetzt Tag nicht wirklich wie viel Stück haben wir denn einen doch so viel okay da liegt ein kopf mitnehmen dranplatschen da waren es nur noch fünf wir sollten uns echt mal wieder um Bäume kümmern dann nehmen wir gleich mal den hier mit dass er die Axt immer weglegen muss das finde ich nicht so korrekt vor dem immer schön aufmerksam bleiben ob man dieses hört ich glaube dass das sind keine 390 baumstille drin nein fall doch bitte nicht in die falsche Richtung okay ich bin mal weg oh ich bin gerade an die vorbeigerannt oder was ist der meine Putsche nein 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 wo seid ihr ich habe euch genau gehört da in den Eingang kommt dann noch so eine Falle hin da habe ich mich jetzt gerade wieder von meinem eigenen Schatten erschrickt ich höre doch was keine Einbildung höchstwahrscheinlich schon aber aber man kann es auch mal so auslegen äh wo renne ich mit den Baumstämmen hin wir müssen ja hier hin oh hier liegt noch eine Hand okay schnell was kraften na komm mal her mein junger Freund wo bist du hin komm ruhig näher ich verdresch dich auch so ich habe Hunger stelle ich gerade fest so was machen die jetzt so langsam wenn ich schon nervig hätten wir doch vielleicht den Peaceful Modus ausprobieren sollen aber dann wäre es halt nicht halb so spannend dann wäre es halt nur Ressourcen Tag und Nacht Hasi bleib mal kurz stehen Hasi nein wo sind die hier denn die Burschen erspuckst du Blut oder was Moment mal kurz oh jetzt hast du mir den Lizard verschreckt Moment mal ich zeige dir mal wie das funktioniert nämlich so da bist du buff ne wenn du hier ganz alleine rumstehst dann wirst du gleich mal ein wenig zerteilt äh ja ich weiß ich treffe dich nicht das sieht nur sehr komisch für dich aussehen ein Kopf für mich ein Kopf für mich Epogee beschütz mich ich meine Epogee wieso nenne ich dich immer Epogee naja eigentlich egal wie man das nennt hm wenn es wenigstens Tag wäre und wir was sehen Moment mal kurz seht ihr jetzt verschwindet selbst die Dinge vor mir direkt wo ist der Typ hin den wir gerade geschnetzelt haben hm tja hm da hoppelt ein Häschen ich glaube der ist weg dann kümmern wir uns mal um das Häschen hier denn essen sollten wir nie zu wenig haben kann man dich jetzt mittlerweile abschlagen oder ok da hat mich was gesehen aber wo du bist ja im richtigen Moment ausgegangen na kommt ruhig näher Leute ich beiße nicht ich schlag nur mit meiner Axt zu hm sind die vielleicht mal im Lager drin oder so das Feuer sollte ich auf jeden Fall auch am Laufen halten hm wo seid ihr das ist nicht lustig kommt raus vielleicht können wir Freunde werden und so hm hm ja ich sehe hier rein gar nichts und euch geht es auch nicht besser ne ihr wisst wahrscheinlich seht ihr nur die blinkenden Items hier auf dem Boden boah aber dann legen wir sich halt jetzt nochmal pennen vielleicht wird es dann Tag aber auf jeden Fall wird es dann eine neue Aufnahme beziehungsweise eine neue Folge also naja machen wir die Verabschiedung danach ihr weiß was denn danach passiert so gespeichert ist jetzt schon mal und ich würde mal sagen meine Freunde wir sehen uns da im nächsten Part wieder danke fürs zugucken tschüss tschüss